Ja, Fridays for Future sind völlig weltfremd, völlig realitätsfern, völlig wissenschaftsfern. Liebe Fridays for Future, das ist nicht böse gemeint, sondern man muss doch mal, leider muss man euch die Wahrheit sagen, weil ihr offensichtlich sonst nicht zur Besinnung kommt. Ja, ihr fordert von anderen, dass sie etwas tun sollen, was diese anderen Geld kostet. Sonst würden sie es ja freiwillig tun, wenn es ihnen den anderen Geld bringen würde, würden sie es ja freiwillig tun. Nein, ihr fordert von anderen etwas, was die immer wieder hin und her rechnen und sagen, nein, das kostet uns Geld. Wir sehen da keine Gewinnmöglichkeit, auch wenn sie der eine oder andere Sonnenenergie-Techniker sieht. Wir sehen sie nach sorgfältiger Wirtschaftsprüfung nicht. Ja, und das wäre ja nichts Schlimmes, wenn ihr fordern würdet, ihr anderen tut was, ihr Politiker oder wer auch immer. Das ist nicht schlimm. Das Problem ist, dass ihr das von anderen fordert, die es nicht können, die gar nicht das Know-how haben, wie man einen Staat umbaut in Richtung Klimaneutralität. Wie man die Gelder freisetzt, die nötig sind und ihr habt das große Glück, dass es eine einzige Wissenschaftlergruppierung gibt. Also von den möglichen hunderttausend Gruppierungen Scientists for Future, die es hätte geben können, die leider, leider ist es bei zweien geblieben. Ich bin ganz traurig, dass nicht noch andere Wissenschaftlergruppen sich zur Verfügung gestellt haben und gesagt haben, wir haben auch noch ein Konzept. Also eigentlich hätte es ja tausend verschiedene Scientists for Future Gruppierungen geben müssen, weil die Wissenschaft sich so uneinig ist, dass es sozusagen auch tausend verschiedene Konzeptangebote hätte geben müssen. Und ja, und ich will es mal kurz zeigen, wo ist es, ich mache es am besten hier, da ist unser Tagesbild, zu dem wir ja nachher dann auch noch bei Corona kommen. Und hier, ich will es mal gerade deutlich machen, ja, seit über einem Jahr lehnt ihr den einzigen Kooperationsvorschlag ab, der den Kohlestopp 2026 und den 900 Milliarden Euro sieben Jahre Plan fürs Klima kann. Die Bild-Zeitung hatte darüber geschrieben, das habt ihr ignoriert, alle Berichte habt ihr ignoriert. Ja, so, ja, ich hoffe nur bald, dass es bald die dritten, vierten, fünften, sechsten Scientists for Future Gruppierungen gibt, die euch mal sagen, dass es so nicht geht. Es geht so nicht, ja. Hier damals hieß der Artikel, holen Greta Thunberg und die For Futures die gewünschten 900 Milliarden fürs Klima am 18. 19. 5. 2019 ab oder verfallen diese. Wir sind dabei, dass diese Gelder verfallen. Ja, es, jeden Tag ist davon eine Milliarde eigentlich verfallen, ja. Jeden Tag verlieren wir eine Milliarde, die wir längst, schon seit einem Jahr hätten wir also 365 Milliarden in den Klimaschutz stecken können. Und ihr habt dafür gesorgt, dass diese bis jetzt verfallen. Jeden Tag eine Milliarde verfällt, sozusagen, ja. Und das ist eben diese Weltfremdheit, über die wir einfach mal reden müssen. Ja, ihr habt null Ahnung von Volkswirtschaftslehre, geschweige denn von naturwissenschaftlicher Volkswirtschaftslehre. Ihr habt keine Ahnung von evolutionsbiologischen Analysen von Volkswirtschaften und Gesellschaftssystemen. Schlicht und einfach, ihr habt null Ausbildung, ja. Und ihr fordert einfach, dass andere, die auch null Ausbildung haben, denn ihr könnt doch nicht von einem Politiker erwarten, dass er ein 30-jähriges Studium, was man braucht, um wirklich neue naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre zu beherrschen. Und ihr könnt doch nicht von einem Politiker verlangen, dass er sich 30 Jahre weiterbildet, bis er das selber kann. Es gibt doch 24 Professoren, die das können, was ihr braucht. Ja, hier, wo haben wir es denn? Hier steht zum Beispiel, hier, da ist, achso, da war die Stellungnahme. Hier, ja, da steht, als Wissenschaftlerin erklären wir auf der Grundlage gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse, diese Anliegen der jungen Leute nach System Chains sind berechtigt und gut begründet, ja. Es liegen die völlig neue, echt naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre NVWL und völlig neue naturwissenschaftliche, sogar naturgesetzliche Beweisführungen vor, die mit höchstmöglicher wissenschaftlicher Aussagekraft beweisen. Die soziale Marktwirtschaft beziehungsweise der Kapitalismus ist ein alles zerstörendes System, das sie sofort beenden sollte im Rahmen eines schrittweisen Rückwärtsaussteigens aus der sozialen Marktwirtschaft hin zu einer superdemokratischen, postkapitalistischen Gesellschaft. Ja, jetzt habt ihr also zwei Stellungnahmen. Ihr habt von den Scientists for Future den ersten, habt ihr die Stellungnahme, dass die sagen, ja, wir denken irgendwie, dass wir das im Rahmen des Kapitalismus Klimaschutz machen sollten. Irgendwie ist das aber gescheitert, ja. Das ist völlig gescheitert. Ich erinnere mich noch an Frau Professor, nicht Maja Göpel, sondern Boetius bei Maybrit Illner, die ein Plädoyer für den Klimaschutz gehalten hat, das völlig unerhört geblieben ist und ohne jegliche Reaktion. Datteln 4 geht ans Netz, niemand hört auf euch, weil es so nicht geht, liebe Fridays for Future, ja. So geht es nicht. So kann es nicht funktionieren. Hier, da steht nochmal, also der Weltrat der Weisen wurde eingerichtet aus unabhängiger Expertensicht in Staaten, die Implementierung einer viel besseren Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung anzuleiten, die die soziale Marktwirtschaft, Klammer Kapitalismus, ablöst und ein dauerhaftes Wirtschaftswunder von zum Beispiel im Falle Deutschlands 500 Milliarden Euro jährlich zur Folge haben soll und zusätzlich eine wesentlich verbessere Gesundheit, Lebensqualität und Langlebigkeit. Ja, in einer simulierten Bundestagswahl wurde das Konzept nach circa 50 Minuten Kennenlernzeit von 56 Prozent der Wähler gewählt, hier Bild-Zeitung und Artikel und so weiter. Ja, das heißt also, das sind die einzigen, die es können, so viel Geld zu generieren, dass wir dann den Kohlestopp 2026 aus der Porto-Kasse bezahlen können, aus der Peanuts-Kasse bezahlen können. Das kann auf der Welt niemand anderes. Das kann nicht die Scientists for Future 5, die Scientists for Future 10, die Scientists for Future 1, das können nicht die Scientists for Future 3, es können nur die Scientists for Future 2, die aufgrund eines Technikers jetzt Next Scientists for Future heißen, sozusagen. Ja, also und das seit über einem Jahr verliert ihr jeden Tag einen Milliarde Euro für den Klimaschutz, weil ihr über eine Milliarde wahrscheinlich sogar für den Klimaschutz jeden Tag, den ihr das Falsche tut und ihr tut grundsätzlich immer nur das Falsche. Jetzt warte, habe ich gesehen, sind sie mit dem Fahrrad zurückgekommen, seid ihr zurückgekommen in Köln von der Demo am Roncalli-Platz und so weiter. Ist doch alles Zeitvergeudung, ist alles Zeitverschwendung, bringt überhaupt nichts, hat null Effekt. Und ja, aber vielleicht verstehe ich euch falsch. Vielleicht ist die Wahrheit, dass es euch nur darum geht, eine kleine Demo-Party zu machen und es ging euch nie ums Klima und den Kohlestopp 26 und ähnliche Dinge. Das kann ja auch sein. Dann bitte klärt mich auf, damit ich euch nicht immer wieder anspreche in der Illusion, ihr wolltet doch eigentlich Klimaschutz haben. Also das ist halt das Dilemma. Ich meine, ihr müsst schon die Wahrheit sagen. Dann schreibt demnächst nicht mehr drüber über eure Homepage, ihr wollt Klimaschutz haben, sondern sagt, wir wollen einfach nur eine Party feiern oder wir wollen, dass die Grünen Wahlsieger werden oder was auch immer schreibt, irgendwelche Absichten drauf. Dann würde ich euch auch nicht mehr ansprechen. Denn wenn wir jetzt den Kohlestopp 26 hinkriegen würden, würde natürlich niemand mehr die Grünen wählen, sondern dann würden alle die Frau Merkel wählen. Wenn wir gemeinsam einen Klimadeal hinbekommen von 900 Milliarden Euro, sieben Jahre Plan fürs Klima und so weiter. Und wenn wir den Kapitalismus mit Frau Merkel beenden, dann würden natürlich alle Leute Frau Merkel wählen, weil dann diese 56 Prozent Wählerstimmen, die ich eben gezeigt habe. Wo war das mit den 56 Prozent Wählerstimmen? In einer simulierten Bundestagswahl wurde das Konzept nach circa 50 Minuten Kennleiernzeit von 56 Prozent der Testwähler gewählt. Ja, natürlich würde dann auch Frau Merkel 56 Prozent bekommen, wenn wir den Kapitalismus mit Frau Merkel gemeinsam beenden. Ja, denn das ahnt sie ja auch, dass der Kapitalismus schädlich ist. Das ahnt ja auch Frau Merkel. Und ja, aber sagt mir doch einfach die Wahrheit, wenn es nur darum geht, dass die Grünen die Wahl gewinnen, die jetzt noch nicht dran sind, ja, dann können wir uns auch den Kohlestopp 26 sparen und dann brauchen wir euch auch nicht mehr anzusprechen, ja, weil es dann ja alles keinen Sinn macht. Denn natürlich würden, wenn Frau Merkel jetzt die Klimawende macht, dann würde sie als Kapitalismus- und Klimawendekanzlerin natürlich gewählt werden oder ihre Partei würde gewählt werden und ihre Nachfolger würden gewählt werden. Also, liebe Fridays for Future, so geht es nicht. Also entweder, also ich weiß nicht, Entweder ist es wirklich so, dass ihr einfach die volkswirtschaftlichen und naturwissenschaftlichen Zusammenhängen nicht versteht, wie Staaten funktionieren. Wir erklären es euch gerne und so weiter und nehmen uns da viel Zeit, euch das in Telefonen, Talkshows, Telefonkonferenzen, alles detailliert zu erklären. Und wenn es 20 Stunden kostet, kein Problem. Uns, glaube ich, ist die Weltrettung fast noch wichtiger als euch, weil wir daran schon, die meisten Professoren schon 52 Jahre darüber nachdenken, seit 1968. So, gut, das war jetzt also so viel. Wieder mal, wie gesagt, liebe Fridays for Future sagt uns, wenn es bei euch um ganz andere Ziele geht und gar nicht um den Klimaschutz geht. Sonst sprechen wir euch immer sinnlos an und verlieren unendlich viel Zeit dafür, diejenigen anzusprechen, denen es gar nicht um den Kohlestopp 26 geht, sondern die das nur behaupten, dass es ihnen darum ginge. So, Weißrussland. Ja, nee, gehen wir erst mal Reihenfolge nach. Übrigens, alle Beweisführungen, liebe Zuschauer, ich kann nicht in jeder Sendung immer alle Beweisführungen wiederholen. Sie haben jetzt vor sich hier liegen 500 Fernsehsendungen, die voll sind mit Argumenten und naturwissenschaftlichen Beweisführungen, wie die neue Welt aussehen kann, die nachkapitalistische, postkapitalistische Welt. Und sie haben fünf Homepages und ein Forum zur Auswahl, wo sie sich, sie brauchen sich nur einmal anfangen und einfach dann durch alles durchzuklicken, wann immer sie irgendwo einen Link sehen, klicken sie ihn durch. Dann haben sie hier ungefähr, sagen wir mal, ja, bestimmt 3000 Seiten Lesestoff und Hörstoff und so weiter, alles zusammen. Und da wird ihnen, da haben sie ein ganzes Studium der neuen naturwissenschaftlichen Volkswirtschaftslehre in nur 3000 Seiten und Sendungen und so weiter. Aber ich kann ihnen das nicht alles immer wieder wiederholen. Sie müssen schon alles schauen und immer wieder reinschauen und wenn sie da noch was Neues entdecken, dann schauen sie da weiter und so weiter. Am besten alles zweimal vollständig lesen und hören und sehen. Mindestens zweimal alles. Als ich studiert habe und es gibt zum Beispiel den weltberühmten Biologie-Professor Richard Dawkins, dessen Bücher habe ich alle so zweimal durchgearbeitet, Wort für Wort, weil man nur so lernt zu verstehen, wie Leben funktioniert, wie Evolutionsprozesse funktionieren und erst dann kann man beginnen zu verstehen, wie Evolutionsprozesse in Gesellschaften funktionieren, in Wirtschaftssystemen und so weiter und warum eben manche Dinge aufgrund dieser Evolutionsmechanismen grundsätzlich nicht gehen. Und gerade bei Arte lief ja die Sendung Tiere und ihre Gefühle und so weiter. Bei Arte habe ich ja auch verlinkt, haben wir auch in allen Sendern in den Playlists gelandet und so weiter. Ja, weil eben bestimmte Dinge, wir sind nichts anderes als der dritte Schimpanse. Wir haben den gemeinen Schimpansen, den Pantaniskus Bonobo haben wir und wir haben den dritten Schimpansen. Und wir sind eigentlich eher so eine Bonobo-Variante, der felllose Bonobo mit dem größeren Gehirn, der noch pazifistischer sein kann und noch liebevoller und friedlicher und pazifistischer als die Bonobos sozusagen. Also wir sind geeignet für einen Urkommunismus, für einen urmatriarchalen Urkommunismus, Ursozialismus und so weiter. Aber der hat überhaupt nichts zu tun mit den Irrwegen eines Stalinismus, Honeckerismus, Maoismus und so weiter, weil dort immer die Idee war, der Mensch muss durch uns und wer sich nicht formen lässt, also muss sich zu einem anderen Menschen formen lassen, der muss irgendwie ein neuer Mensch werden und wenn er sich dazu nicht formen lässt, bringen wir ihn halt um. Dann ist er halt nicht geeignet, aus irgendeinem Grunde. Ja, und dieses Versuchen wollen, aus einem Bonobo einen Nicht-Bonobo zu machen, sondern irgendwie ohne seine Gene zu ändern, trotzdem seine ganze Verhaltens- und Lebensstruktur zu ändern. Das geht nicht, liebe Leute. Die Menschen sind Affen wie die Bonobos. Wir sind nichts anderes. Und wir müssen auf die grundlegenden Mechanismen, im Rahmen derer sich ein Bonobo verhalten kann, müssen wir Rücksicht nehmen. Und Bonobos sind in der Lage, kommunistisch zu leben, mit sehr viel Liebe und sehr viel Pazifismus schon. Und wir Menschen sind dazu noch viel stärker in der Lage, weil unser Gehirn circa fast dreimal so viel Volumen hat. Wir sind also, und alle Lebewesen, die größere Gehirne haben, haben potenziell mehr Fähigkeiten zu Kooperation, zu Sozialität und zum Pazifismus und zum Frieden sozusagen. Und deswegen können wir Kommunismus leben. Aber bitte nicht einen Kommunismus, der sagt, der Mensch muss wieder anders werden. Wir müssen mit unserer Bonobo-Genetik leben, Bonobo-ähnlichen Genetik leben. Wir haben die ähnlichen Geschlechtsorgane, wir haben den ähnlichen Körperbau, wir haben alles ähnlich. Die haben nur deswegen kleinere Gehirne, weil sie als Baumbewohner ihre Hände sozusagen noch teilspezialisiert, mussten die noch bleiben für das Klettern, während unsere Hände völlig spezialisiert wurden konnten auf Technikherstellung. Und dann mit der Technik haben wir dann sozusagen mit der Technikherstellung haben wir dann diese riesigen Gehirne ernähren können. Dadurch sind die mit den größeren Gehirnen eben nicht mehr ausgestiegen, weil die handhergestellte Technik sozusagen genügend Nahrung gebracht hat, auch die großen Gehirne zu ernähren. Und deswegen haben wir diese großen Gehirne und Bonobos notwendig, die kleinen Hirne, weil deren Hand noch nicht fähig genug war, feingesteuert genug war und noch nicht befreit wurde von der Last des Baumkletterns sozusagen, sodass sie dann noch nicht eine handgefertigte Technik in Manufakturen herstellen können. Und deswegen kann ihr Gehirn auch nicht wachsen, weil es das nicht ernähren kann, weil sie nicht die Möglichkeit haben, ihre Nahrungsmenge zu vergrößern, sozusagen, weil sie eben die Hände für die Technik noch nicht völlig frei und umkonstruiert haben. So. Und das bedeutet also jetzt, ja, dann Fernsehberichte, Propaganda, was läuft so? Irrtümer, also wenn ich sage Propaganda, ja, Corona-Propaganda, ja, dann sind das die Irrtümer. Wir können von Journalisten nicht erwarten und von Politikern nicht erwarten, dass sie verstehen, was da los ist bei Corona. Wir können auch nicht erwarten, dass sie eine volle statistische Ausbildung jetzt plötzlich nochmal machen, um zu durchschauen, dass die Zahlen alle falsch interpretiert werden und falsch angewandt werden und so weiter, ja. Und wir wissen auch, dass wir es noch nie geschafft haben, Mediziner haben noch nie mit Statistik umgehen können, außer so wenige Ausnahmeerscheinungen, die jetzt die Zahlen neu nachgerechnet haben, wie Wolfgang Wodak oder Schiffmann oder so. Aber alle anderen, sozusagen, können mit Statistik nicht umgehen. Eigentlich, man kann sagen, der normale Medizinstudent lernt eigentlich Null Statistik. Jedenfalls habe ich immer den Eindruck gehabt, dass die Leute in Wirklichkeit nicht bis drei zählen konnten, durchschnittlich, was auf Statistik angeht. Und das brauchen wir doch auch von denen gar nicht zu erwarten. Dafür gibt es ja andere, dafür gibt es ja die Next Scientists for Future, die können das, ne. So, Weltrat und so weiter. Und ja, dann schauen wir es uns mal an. Also das heißt, also wo sind die Irrtümer? Da wird zum Beispiel in einer Fernsehsendung eine fehlernährte, dickliche Frau mit allen medizinischen Zeichen eines chronischen, lebenslangen Bewegungsmangels mit entsprechenden Knochendeformationen gezeigt. Sie ist 37 Jahre alt, gilt als jung sozusagen und sagt, sie sei immer noch kurzatmig. Sie kann froh sein, dass sie bei ihrem krankmachenden Lebensstil an Corona nicht gestorben ist, denn an einer kräftigen Krippe kann man halt auch sterben, wenn man so einen völlig falschen Lebenswandel führt, der so offensichtlich bei dieser Frau ist. Ja, also das heißt, dass das solche Berichterstattung ist tendenziös aus Irrtum heraus. Ja, natürlich, weil wir, weil natürlich unsere Gesellschaft längst noch kein Wissen darüber hat, dass man einen gesund, wie ein gesundheitsförderlicher Lebensstil geht. Das wollen wir ja dann mit unserer Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege endlich schaffen. Zusammen mit der Wohlfühlnoten, Wahlstimme und so weiter. Gut, Weißrussland wird berichtet. Ja, noch einmal, Weißrussland. Ja, in Weißrussland, da bringt man wie üblich wieder besorgte, aber finanzinteressierte Ärzte und Medizinstudenten für die Kamera, die dann ihre Besorgnis äußern. Also, natürlich, jeder Arzt hat ja gelernt in seinem Studium, Viren sind potenzielle Killerviren, die sind ganz gefährlich und natürlich ist es auch für Ärzte schön, wenn die ganze Welt nach ihrer Linie tanzen muss, wenn sie die gefragten Leute sind sozusagen. Insofern ist es ganz menschlich, dass in der Medizin immer im Kapitalismus eine Überschätzung ist, ja, ach ja, ihr Knie ist ja völlig kaputt und schon kann ich eine Knieoperation verkaufen. Ja, also ich immer überschätzen, aus einer Mücke einen Elefanten machen und dann die Behandlung verkaufen. Und dieses Schema ist in der kapitalistischen Medizin unausrottbar vorhanden. Und, aber eben die Berichterstattung über Weißrussland zeigt eben wieder deutlich, da wird eben, werden besorgte, finanzinteressierte Ärzte, besorgte Medizinstudenten gezeigt, die sich Sorgen machen, dass jetzt bald die Welt untergeht in Weißrussland. Aber dieselben Journalisten bringen keinen einzigen Zeugen bei. Man könnte doch mal wenigstens einen bestechen oder kaufen, ja. Hoffentlich nicht, ne. Aber der einfach mal berichtet, ja, in diesem Jahr habe ich in meinem Bekanntenkreis von dreimal so vielen Toten gehört, verglichen mit dem Vorjahr und dem Vorvorjahr. Das wäre doch mal eine Zeugenaussage. Und wenn man davon mal 50 bringt, dann wäre das doch überzeugend, dass in Schweißrussland das Coronavirus tatsächlich sich als Killer-Virus erweisen könnte. Bis jetzt ist es so, dass die keinen einzigen Zeugen beibringen, der irgendwas sagt von ungewöhnlichen vielen Toten in seinem Umfeld. Und das ist eigentlich, damit ist dieser Bericht, auch wenn er anders gemeint ist, weil er ja diese besorgten Leute zeigt, ist aber eigentlich dieser Fernsehbericht ein Beweis dafür, dass Weißrussland es noch besser gemacht hat als Schweden. Nämlich da ist nichts los. Sonst würden die doch alle sagen, ja, meine Mutter ist gestorben, meine Urgroßmutter ist gestorben und im Bekanntenkreis sind auch noch zwei Leute gestorben. Ist nicht. Kriegen keinen einzigen Zeugen vor die Kamera, der sowas sagt, müssen sich mit besorgten Medizin interessierten, kapitalistischen Medizinern abfinden sozusagen. Und das sind eigentlich ganz, das ist ein ganz zuverlässiger Beweis, dass Weißrussland es noch besser gemacht hat als Schweden. Vielleicht hätte Schweden seine 4.500 Toten gar nicht, angeblichen Corona-Toten gar nicht gehabt, wenn sie es wie Weißrussland gemacht hätten. Also ich werde mich jetzt immer auf Weißrussland beziehen, denn das beweist eindeutig, ja, dass die Journalisten haben jetzt schon, ich habe glaube ich 4, 5 Sendungen und da waren so Sender dabei wie die Welt und so weiter. Das heißt also, richtig große Sender sind in Weißrussland gewesen und haben versucht, dort das Grauen zu zeigen. Es ist ihnen nicht gelungen, obwohl sie es mit allen Kräften versucht haben. Sie haben, sie haben doch, die hatten ein Totalinteresse, das sterbende Weißrussland zu zeigen. Es ist ihnen nicht gelungen, sie haben noch nicht mal einen Zeugen beigebracht. All diese Sendungen zusammen, das einfachste journalistische Handeln, 150 Leute befragen und sagen, ob da ein paar dabei sind, die sagen, in meinem Bekanntenkreis sind jetzt ganz viele Leute gestorben. Meine Oma ist gestorben, eine Oma aus dem Bekanntenkreis ist gestorben und so weiter. Und dann sind noch ein paar junge Leute gestorben im Bekanntenkreis. Nichts, kein einziger Zeuge in diese Richtung. Ja? Und das bedeutet, in Weißrussland wird nicht außergewöhnlich gestorben. Das ist ein Wintersterblichkeit wie 2018. Die war ja eine schlimme, krepale Wintersterblichkeit. Aber mehr ist in Weißrussland nicht los. Und wahrscheinlich haben die Schweden schon viel zu viele Maßnahmen gemacht und dadurch ihre Leute umgebracht. Und nochmal Fridays for Future. Ich verstehe ja, dass ihr jetzt sagen wollt, die Logik, die falsche Logik. Liebe Welt, hört bei Corona auf die Wissenschaft, aber bitte hört danach auch beim Klima auf die Wissenschaft, die es ja gar nicht gibt. Es gibt ja immer mehrere. Es gibt ja hundert verschiedene Richtungen in der Wissenschaft. Aber das ist ein Fehler, liebe Fridays for Future. Nur weil die Leute jetzt die gesamte Wirtschaft kaputt machen für Corona und wegen Corona, wegen der kapitalistischen Pharmaindustrie und kapitalistischen Impfindustrie und kapitalistischen Testindustrie und der kapitalistischen Medizinindustrie, wobei die Medizinindustrie teilweise ja selber geschädigt wird, aber von der Testindustrie zum Beispiel. Nur weil die jetzt Deutschland ruinieren, hat Deutschland doch nicht mehr Geld für Klimaschutz zur Verfügung, sondern noch weniger Geld für Klimaschutz zur Verfügung. Ja, das heißt also, diese Rechnung kann nicht aufgeben. Da gibt es sogar ein eigenes Buch dazu, dass diese Rechnung nicht aufgehen kann, volkswirtschaftlich. Ja, man wird jetzt noch mehr Zurückhaltung beim Klimaschutz praktizieren und wird erst mal sagen, jetzt muss man erst mal der Rest der Welt Klimaschutz machen, aber nicht Deutschland. Also wie gesagt, und wir können immer noch, können wir den Kohlestopp 2026, aber wie gesagt, man muss mal Klartext mit euch reden. Ihr habt keine Ahnung von nichts. Ihr seid so naiv, wie ich war, als ich mit 18 Abi gemacht habe und dann dachte, man könnte die Welt so retten oder so retten oder so retten. Wenn mir graust davor, was ich damals alles nicht gewusst habe und was an was für einen Blödsinn und was an was für winzige Ausschnitte von Wissenschaft ich damals geglaubt habe, als ich Abitur gemacht habe und wie viel ich erst noch lernen musste, bis ich anfing zu verstehen, wie die Welt wirklich funktioniert. Also liebe Fridays for Future, es ist ganz normal, dass ihr noch von nichts eine Ahnung habt. Gar nichts. Keine Wissenschaftserfahrung und keine Lebenserfahrung. Null. Also bitte lasst euch doch helfen von denen, die es können und ja, sonst warten wir noch auf die 20. Gruppierung Scientists for Future und die können es auch nicht, weil es nur die 2. können, die Next Scientists for Future. So und dann müssen wir natürlich, wenn wir die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege machen und dann den Klimaschutz praktizieren und so weiter und dann den finanzieren müssen, dann müssen wir natürlich sofort das Medizinstudium stoppen, damit bloß keiner mehr Medizin studiert. Denn durch die Gesundheitskommunen, durch den Gesundheitskommunismus, der dann startet, wird in Deutschland in 5 Jahren praktisch kein Mensch mehr krank werden, weil unsere Ärzte so fürstlich dafür belohnt werden, dass sie Krankheiten verhindern und uns gesunde Ernährung, gesunden Lebensstil und in allem helfen, ihre Kommunen, Sportvereine beinhalten und so weiter. Ja, das bedeutet dann sozusagen, dass wir dann sagen, liebe Ärzte, die ihr jetzt nicht mehr gebraucht werdet, weil andere Ärzte besser sind in der Verhinderung von Krankheiten als ihr. Ihr habt, ihr könnt denken, ihr habt bewiesen, dass ihr denken könnt, helft mit in anderen Wirtschaftsbereichen, vielleicht in der Medizintechnik, Forschung oder geht in andere Bereiche, hier bleibt in Deutschland und helft mit. Deutschland wird ein total glückliches Land, ihr habt hier die höchste Lebensqualität der Welt bald in Deutschland und bleibt hier und helft mit, mit eurer Denkfähigkeit, in anderen Wirtschaftsbereichen Deutschland und Europa wettbewerbsfähig zu halten und helft uns mit, dass wir bald die Vereinigten Staaten von Northern Europe bekommen, die United States of Northern Europe, USNI mit dem Euro, dem Northern Euro und dann, dass wir vielleicht bald hoffentlich die Southern States, United States of Southern Europe bekommen und dass wir hoffentlich bald die United States of Southern America bekommen und dass wir uns bald immer mehr sozusagen einer Welt, die gemeinsam Klimaschutz betreibt, annähern, das würden wir sowieso ganz schnell hinkriegen, denn unser Deal mit Fridays for Future könnte ja heißen, dass wir gerne die USA im Ausstieg aus dem Kapitalismus ihnen den Ausstieg machen in deren Ministerien für die, dass sie aber von den frei werdenden vielen Milliarden Geldern in den USA würden das ja ungefähr ja dann 1,5 Billionen Dollar pro Jahr sein, die die USA Plus macht durch unsere Reformen, dass sie dann sich verpflichten müssen, einen gleichen Einteil wie hier in Deutschland auch für Klimaschutz zu verwenden und dann, dass wir dann auch diesen Club der Willigen machen, nämlich mit dem weltweiten Emissionshandel nicht nur für CO2, sondern für alle Luftstartstoffe, für alle Luftstoffe außer dem Ausatmen von Menschen, also auch dem Ausatmgase der Tiere, die müssen mit Emissionshandel belegt werden und auch die Methanabgase der Kühe und Rinder und so weiter müssen mit Emissionshandel belegt werden und ja, das ist der richtige Weg. Ja gut, so viel für jetzt, also liebe Fridays for Future, seit über einem Jahr lehnt ihr, lasst ihr jeden Tag eine Milliarde, die für den Klimaschutz verwendet werden könnte, lasst ihr verfallen. Mittlerweile sind schon 300, weit über 365 Milliarden sind längst verfallen, über 370 Milliarden sind längst verfallen, aber es sind noch genügend Milliarden übrig, wir können immer noch den Kohlestopp 2026 immer noch gerade so schaffen, ne? So, ja, wo ist unsere Greta hier, ja, so, na, da ist unsere Greta, gut im Bild, ja, ja, also dann, ich hoffe, dass bei Fridays for Future irgendwann endlich Vernunft einführt und wie gesagt, besucht unsere, nochmal die Einladung, alle, die ein anderes Weltverbesserungskonzept haben, ihr werdet eingeladen zu unserer wissenschaftlichen Tagesschau, heute Talkshows, Demokratie pur, freie Argumente Plattform, wir laden euch an, weil ihr anderer Meinung seid als wir und zwar, wobei uns nicht Meinungen interessieren, sondern es geht ja um Argumente, am besten natürlich durch wissenschaftliche Hinweise, gestützte Argumente, weil nur so werden wir am Ende zu einem logischen Ziel kommen, ja, aber es dürfen natürlich auch Argumente kommen, die aus, die, die vielleicht aus einer persönlichen Erfahrung kommen, aber wie gesagt, bemüht euch auch, um mal Argumente durch wissenschaftliche Hinweise zu stützen, ja, denn, denn dann merkt ihr selbst, dass es für manches, von dem ihr träumt, überhaupt keine Stützung gibt, also keine Hinweise, dass das wirklich auf Wahrheit fußt, es geht schließlich, wir müssen in der Wahrheit sein, wenn wir die ganze Welt, den Kapitalismus und die Marktwirtschaft zusammen beenden wollen, dann müssen wir in der Wahrheit sein und dürfen uns nicht mit Träumen beschäftigen und wir müssen den dritten Schimpansen sehen, mit all seiner Genetik und mit all seinen genetischen Beschränkungen, die für manche Träumereien einfach nicht geeignet sind, ja, das heißt, DNS hat nur eine begrenzte Eignungsfähigkeit, es gibt keine DNS auf der Welt, die für Dinge geeignet ist, von denen manche Leute träumen, die gehen aber einfach nicht, also liebe Leute, Tschüssi, das war's für jetzt gerade, da 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 da